Oha Leute, heute sind wir wieder in Roblox mit meinem besten Freund Braxy! Hi! Und schau mal wie viele Klone ich hab, ich hab schon zwei, die mir hinterherlaufen, weil wir Freunde sind Braxy und bei dir lauf ich hinterher. Okay, heute musst du mir helfen mit einem Like und einem Abo, damit wir die besten Klone bekommen. Und wir müssen direkt hier durchlaufen Braxy und wenn wir das geschafft haben, müssen wir immer hier Plus machen. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir immer mehr Klone. Hier müssen wir Mathe machen, also Plus 6, ich hab schon 12 Klone. Plus 7, oha, ich hab noch mehr Klone, 20 und 25. Oha, 29, oha, jetzt müssen mir welche abgezogen werden. Dann lieber 5, dann aber wieder 6 Plus und Minus 3. Und dann ist am Ende eine Burg und die müssen wir dann mit meinem ganzen Klon angreifen. Oha, ich hab richtig viele Klone Braxy hier. Wie viele hast du denn? 28. Wow, Ebene 1 Braxy, man kommt immer in eine neue Stufe. 6, nochmal 6 und nochmal 4 plus 6, nicht Minus 6. Oh Mann. Oh Braxy ist falsch gelaufen. Du läufst nur durch Minus. Nein, ich lauf durch Minus. Ich hab 36 Klone. Oha, wie cool, ich hab 36. Ah, cool. Ich hab 10 mehr als du, weil du einen Minus gemacht hast. 7. Ich bin schon in der zweiten Welt. Bist du auch schon in der zweiten Welt? Ja, ich bin bei grün und du? Nein, ich bin schon bei der Wüstenwelt, du Blödmann. Oha. Oha, du bist ja übel schlecht. Okay, schau mal, was wir hier bekommen. Schau mal, bei einem Win bekommen wir einen roten Trail. Bei 3 Wins bekommen wir einen blauen Trail. Und ich hab den roten schon. Oha, gibt's einen lilanen? Oha, die Rakete, die hat aber 75 Wins, Braxy. 75? Hm, das ist voll viel. Warte mal. Okay, mehr Klone durch den Freund. Oha, man kann auch verschiedene Klone nehmen, Braxy. Guck mal beitreten, was ist das denn? Hä? Egal. Bist du schon hier? Ja, du bist hier. Guck mal. Ich hab nen roten Trail. Also das Ding, was hinter mir leuchtet. Okay, Braxy. Los geht's, los geht's, los geht's. Und wir machen plus 7 plus 6 und nochmal plus 6. Und nochmal plus 6. Oha, das wird so cool. Plus 3 und 6. Ich hab schon 6. 35, nee, 36. Jetzt hab ich 39. Oha, das geht ja ruck zuck, Braxy. Ich hab schon über 50. Angriff. 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 Wow. Wow. Ich hab so viele Klone, Braxy. Braxy. Ich auch. Ich auch. Wie viele Münzen hast du? Ich hab 14 Münzen. Und du? Ich hab 17. Oha, krass. Okay, Leute. Wir müssen hier weiterlaufen. Komm schon. Direkt weiter, Braxy. Oha, warte. Zack. Und hierüber plus 7 nochmal. Die ganzen müssen einsammeln. Dann minus 4 und minus 5. Dann minus 2. Oh Mann, das ist ja nur Minus. Ah, wieder Plus, Leute. Und plus 7. Minus 2. Plus 3. Und das wird jetzt mein Win. Und wenn du mal mit mir spielen willst, dann musst du jetzt ein Like und ein Abo dalassen. Und deinen Roblox-Namen reinschreiben. Ich hab auch abonniert. Ich bin gestorben, Braxy. Ah, du Doofkopf. Warst du zu stark für ich? Mann, warum? Warte, ich nimm mir jetzt einfach meinen blauen Trail und damit werde ich es schaffen, blöd Mann. Ich hab's geschafft. Oh, ich bin in der nächsten Stufe. Ah, das ist voll blöd. Aber ich werde das jetzt auch schaffen, Braxy. Versprochen. Wow. Wow, Ugi. Was denn? Jetzt haben wir hier mal eins. Was? Ja, wirklich. Das ist voll krass, Braxy. Okay, Leute, jetzt nochmal Angriff. Attacke. Ich werde das schaffen. Und gewonnen. So einfach war das. Oh, ich hab 566 Klonen. Mann, warte doch auf mich. Oh, Attacke. Wir sind in der Himmelwelt, Leute. Wie cool. Wie viele Wins brauchen wir für das nächste 5? Das heißt, nach dem können wir uns den grünen Strahl nehmen. Oh, warte mal. Was nehmen wir mal? 2 oder plus 14? Ich hab 2 Haustiere. Wenn ich das mal 2 mach, sind das nur 4. Deswegen nehme ich 14, Leute. Plus 8. Was ist denn hier? Plus 7. Mann, 1,5. Plus 15. Boah, das ist voll viel, Braxy. Deswegen musst du immer mal 2 nehmen. Nicht das Plus. Du hast recht, Braxy. Braxy. Ich hab schon 81. Boah. 81? Jetzt hab ich schon 100, Udi. Was? 100 Klone, die jetzt anreißen. Boah, ich hab 83 Angriff. Boah, wie viele Klone ich hab, Leute. Das ist richtig stark, Braxy. Das ist sehr stark. Und du bist sogar mittendrin. Schaut mal, da ist mein bester Freund Braxy. Okay, wir haben 5 Wins, Braxy. Wir können uns den grünen Strahl nehmen. Und los geht's. Ähm, mal 2. Boom. Okay, plus 15. Mal 1,5. Plus 12, natürlich. Und mal 1,7. Und dann plus 7. Boah, ich hab schon 69. Und jetzt hab ich 85. Boah, sehr gut. Ich will die 100 schaffen. Oh Mann, jetzt muss ich Minus machen, Braxy. Mal 2. Nicht schlimm. Plus 5. Och Mann, minus 17. Aber diesmal greife ich an. Und das hat ein Schutzschild. Attacke. Attacke. Die muss auch draufschlagen, Blödi. Ich hab's doch schon geschafft, du Blödmann. Und das war sogar eine lila, eine Burg. Wie meine Lieblingsfarbe. Okay. Warte auf dich. Ich bin bei der nächsten Ebene. Ich komm schon. Ich bin doch schon da, neben dir. Komm schon, Braxy. Braxy. Nimm plus. Nimm nicht das mal. Ich hab andere Zahlen als du, Braxy. Und hier rüber. Dann plus 15. Das ist natürlich mehr, Leute. Plus 13. Plus 11. Und nur minus 3. Oh, ich hab schon über 100, Braxy. Oh, jetzt wieder nicht mehr. Und jetzt wieder über 100. Und jetzt muss ich wieder minus 7. Und minus 14. Jetzt bin ich wieder unter 100. Und die Burg ist pink. So wie Hannas Burg. Attacke. Attacke. Und wir haben's geschafft, Leute. Das ist übelst easy, Braxy. Und so. Okay, Braxy. Wir sind in der Stufe 7. Los geht's. Okay, so. Zack. Minus 7 mal 1,9. Wow. Wie cool. Plus 11. Minus 5. Ich werde es tun. Ich werde es schaffen, Braxy. Nochmal plus 12. Dann plus 10. Und dann mal 1,6. Und nochmal mal 1,2. Mal plus 3. Minus 5. Ich hab 100. Ich hab 113. Mein Rekord bis jetzt. Wow. Die Burg geht richtig schnell kaputt, Braxy. Schlag auf, schlag auf. Ist schon kaputt. Ich hab richtig viele Klone gehabt von mir. Sehr gut. Ich bin in der Zaubererwelt, Leute. Und ich hab noch keine 10. Mensch. Och, Mann. Okay, weiter geht's. Zack. Dann plus 14. Oh, plus 10. Och, Mann. Diese Minusse sind immer voll blöd, Braxy. Braxy. Hm, glaub ich dir. So, plus 7. Jetzt wieder minus 7. Mal 1,7. Plus 10. Plus 11, Braxy. Und nochmal plus 11. Richtig cool. Oh, Braxy. Ich hab einen neuen Highscore. Warte. Ich hab... Das ist voll blöd. Ich hab 116, 17 Klone. Angriff. Ich muss gar nichts mehr machen. Die greifen von selber an, Braxy. Richtig cool. Sammel die Münzen alle auf. Das war gelb. Hast du das gesehen? Hm, das hatte einfach meine Fahne. Ich bin jetzt beim Bienenstock. Und los geht's, Leute. Und plus 10 natürlich. Dann plus 12. Hm, ach Mann. Jetzt muss ich Minus nehmen. Aber diesmal nehme ich mal. Alles gemacht. Und mal plus 12. Plus 15. Zack. Oh Mann. Jetzt kommt wieder zweimal Minus. Och, Menno. Wie viele Coins hast du eigentlich schon, Braxy? 114 und du? Ich hab 104. Warum hast du mehr als ich? Weiß ich doch nicht. Das ist voll unfair, aber. Ja, was denn, was denn, was denn? Ich bin 136. Was? Oh, hier ist jetzt eine Mauer. Attacke. Attacke. Ich bin im Universum, Modi. Du auch? Nee, ich bin gleich da, Braxy. Ich bin beim Mondlevel. Wenn wir das schaffen, Braxy, kriegen wir diese Herzen. Ich hab sie schon. Oh, du hast sie echt schon. Du blöd, Mann. So. Äh. Zack. Plus 13. Plus 7. Mal 114. Genau. Oh, ich krieg die ganze Zeit viel mehr. Wow. Minus 12. Oh, Menno. Ich kann meine Klons upgraden. Wie cool. Hä? Wo machst du das? Beim Upgradings. Hier. Was? In dem Schammer. Das würde ich auch machen, Braxy. Meine Klone viel stärker. Na, warte. Meine werden auch noch stärker. Angriff, meine kleinen Klone. Geschafft. Zum Glück. Okay. Wir haben das Level geschafft. Das heißt, wir haben schon 10 Wins, Leute. Das heißt, wir können uns jetzt diese Herzen hier holen. Und die sehen richtig süß aus. Okay, Upgrade Klons. Du hast recht. Klonschaden. Oh, Mann. Aber Klon starten. Da mache ich den hoch. Klon starten. Aber was soll das denn heißen? Habe ich jetzt nicht drei Klone? Weiß ich nicht. Nee. Na gut. Ich gehe rein. Und plus 12. Boom. Attacke. Ich werde jetzt alles zerstören, Braxy. Na, warte. Na, warte, Leute. Das wird richtig krass. Warte, was nehmen wir mal? 1,4. Das ist natürlich mehr. So. Dann machen wir plus 7, plus 8, plus 5. Boah, das wird so cool. Am Ende werden wir die Burg wieder zerstören. Okay, Leute. Wir haben es gleich. Braxy, wie sieht es bei dir aus? Ich bin super gut dabei. Okay. Welches Level bist du denn schon? Wo kann ich das denn sehen? Ja, meine Klone sind voll stark. Ich bin beim Schneegebiet, Odi. Beim Schneegebiet? Mhm. Warst du schon beim Mars? Ah, ich bin jetzt auch mein Weihnachtsmann. Und das nächste Trial bekommen wir ab plus 15 Wins Breaks hier. Mega cool. Ich habe so viele Klone, Odi. Ich habe schon 120. Was? Du hast sogar meinen Rekord übertrumpft. Mhm. Und jetzt habe ich 140, Odi. Wow. 150. 150. Boah. 150. 51 Klone. Attacke. Das ist voll viel, Breaks hier. Boah. Die ging voll schnell tot. Ach, Mann, ey. Ich will auch so viele haben. Oh, ich habe 135. Boah. Das geht wieder nach oben, Breaks hier. Das geht wieder nach oben. Aber jetzt kommt zwei nochmal. Zweimal Minus. Das heißt, ich werde nicht mehr so viele haben. Ich habe 125 nur. Und hier ist wieder eine blöde Mauer. Zerstört die Mauer, Leute. Sehr schön. Angriff. Zerstört. Sehr gut, Leute. Wir haben wieder einen Win. Sag mir, wenn du beim Virus bist, okay? Beim Virus? Ich bin beim Virus jetzt, Breaks hier. Sehr schön. Okay. Boah. Das ist eklig hier. Das ist so grün wie Schleimi. Und der ist auch ein Schleimer. Komm schon. Hier durch. Dann hier durch. mal 1,5. Ich werde es schaffen. 151. Was? Das ist voll viel, Breaks hier. Boah. Ich bin der Stärkste hier. Du bist echt stark, Breaks hier. Eigentlich bin ich hier im Sohn-Teil-Kurz immer besser wie du. Aber Breaks hier ist heute irgendwie besser als ich, Leute. So. Das ist cool. Das muss ich auch gleich nochmal machen, Breaks hier. Aber jetzt kommt nochmal Fett Minus bei mir. Das heißt 120, aber das ist eine schwarze Burg. Da ist der dunkle Ritter drin. Wie cool. Kennst du die Geschichten über den dunklen Ritter? Wenn ja, dann schreib es mal unten in die Kommentare. Und mach mir diesmal ein schwarzes Herz in die Kommentare. Komm schon. Okay, Breaks hier. Haben wir schon 15 Wins? Nein, noch nicht. Och, Menno. So, zack. Wir nehmen plus 4. Plus 6. So. Zack, zack, zack. Mal 1,7. Plus 13. Plus 3. Minus 4. Oh, Leute. Das wird richtig cool. Was? Ich hab sehr wenig Klo. Ich weiß nicht, warum. Oh, Mann. Breaks hier. Das ist aber blöd. Das ist sehr blöd, Odi. Ich hab nur nicht mal 100. Nicht mal 100? Das ist ja echt sehr wenig, Breaks hier. Aber ich hab trotzdem gewonnen. Ehrlich? Mhm. Boah, du bist ja übelstark, Breaks hier. Okay, ich hab schon 150. Boah, ich hab jetzt richtig viel, Breaks hier. Ich hab jetzt... Warte, warte, warte. Ich hab 159. Wie cool. Das ist mein Rekord. Das ist ja mega. Boah, stell dir mal vor, es gibt von dir 159 Leute. Das wär cool. Und ich hab schon die Shuriken. Die sehen noch viel besser aus, Breaks hier. Okay, Leute. Wir machen direkt weiter. Wir müssen Breaks hier überholen. So, zack. Und so. Okay, Breaks, wir müssen uns in der nächsten Welt treffen, okay? Okay. Okay, Leute. Wir müssen das jetzt easy schaffen. Kommt schon. Das ist so ein Eisgebiet. Das erinnert mich ein bisschen an Lumi, weil das alles so hellblau ist. Ich hab 170, Odi. Was? Oh Mann, das ist unfair, Breaks hier. Warum ist das unfair? Warum hast du so viele und ich hab nur 140? Ist mir doch egal. Attacke, Klone. Hä? Na warte. Leute, wir werden gleich ein Race machen am Ende. Und dann wird sich herausstellen, wer der Bessere ist. Angriff, Klone. Oh. Ich glaub, ich schaff's nicht. Oh doch, ich hab's geschafft. Oh, sehr gut, Leute. Plus 20 Prozent, Odi. Was? Ist so. Warte auf mich, Mann. Ich bin jetzt bei Gespenchtisch. Bin ich auch jetzt. Jetzt erst oder warst du da schon? Bin ich erst jetzt reingekommen. So, ich hab mir jetzt meine Klone ein bisschen geupgradet, Leute. Und zwar in Klonschaden, Klongesundheit und Klongeschwindigkeit. Und damit die schneller werden und besser werden. Wo bist du, Breaks hier? Bin schon durchgelaufen. Ach, Mann. Du sollst es doch auf mich warten. Oh, tut mir leid. Ich komme. Mann, du Blöd, Mann. Okay. Ah. Plus neun. Mann, ich hab gar keine... Mann. Ich hab... Och, Mann. Breaks hier. Ich hab gar keine Klone mehr gehabt gerade. Wieso das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Kannst du etwa kein Mathe-Ludusen? Das ist voll schwer, Breaks hier. Okay, ich warte hier auf dich. Wo bist du? Zack. Ich komme, ich komme, ich komme. Minus vier. Da plus zwölf. Minus fünfzehn. Sechs. Plus fünfzehn. Oh, Leute. Das ist voll schwer jetzt mit dem Prozentrechnen. Ich hab nur... Breaks, ich hab nur 65 und ich weiß nicht, ob ich das schaff. Ah, ja, klar. Ich hab die doch geupgradet. Klar schaff ich das. Okay, Leute. Jetzt werden wir ein Race machen, Breaks. Bissi, bist du bereit? Bissi, bist du bereit? Wir sind im Nether. Okay. Bissi, bist du bereit an die Startlinie? Da bin ich. Okay, dann drei, zwei, eins, los. Wer zuerst da ist, ist der Gewinner. Und zack. Okay, Breaks, hier. Oh, dear. Nein, 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 nein. Du bist genau neben mir. Wir sind gleich schnell. Und zack. Wie viele Klone hast du schon? 100. Ich hab 119. Ich hab 90. Okay, ich hab jetzt auch 100. Zack. Plus 17 Prozent. Wow. Ich war bei 160 Grad. Mann. Ich hab unter 100 Klone jetzt. So. So. Biss du bereit, Breaks? Ich greife jetzt den Turm an. Ich bin schneller als du. Und Attacke. Attacke, 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 Attacke. Fertig. Oh, Mann. Meiner ist jetzt erst fertig. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, hat Breaks das Ganze gewonnen. Aber die Map geht natürlich weiter. Und falls du mal mit mir und Breaksie diese Map spielen willst, dann musst du jetzt unbedingt ein Like und ein Abo dalassen. Und schreib mal bitte deinen Roblox-Namen in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Macht's gut und tschüss.